Hallo und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Ich spiele heute mal wieder Free Fire Max. Es ist eine Vorproduktion, es ist heute Mittwoch, der 27.03. Ich bin ab morgen leider nicht mehr zu Hause für ein paar Tage. Ich komme am Montagabend wieder, deswegen würde ich auch gleich die nächste Vorproduktion machen für Montag. Aber ich würde mal sagen, es geht los mit Betroyal was glaube ich. Okay, dann starten wir mal hier die Runde. Ja, es ist glaube ich ein bisschen laggy, glaube ich. Josie ist hier wieder mit am Start, Red. Und ich denke mal, wir werden das zusammen rocken hier, ne? Bestimmt. Erster Sprungmeister, das ist gut. Jetzt spiele ich mit alles wieder einsammeln, auch Waffen wechseln, weil ich spiele in Team. Und ich möchte ja mein teammate nicht zu Last fallen, deswegen einmal ganz normal spielen. Nicht mit meiner komischen Extra-Rägel hier. Oh, die ist schon mal schön. Und die ist auch schön. Habe ich schon mal zwei schöne Waffen am Anfang? Nein, die brauche ich nicht. Was haben wir hier? Oh, da unten ist eine Russi. Das Buschmesser habe ich hier. Ich höre hier ein rumlaufen. War wieder ein bisschen laggy gewesen. Ich muss erst mal erst noch hier runter. Ach. Ändern wir uns die Wasche. Ist noch ein bisschen laggy hier. Leider. Oh, schon weg hier. Nee. Helft mir! Helft mir! Gute Arbeit! Okay, dann werden wir diesmal wiederholen. Helft mir! Ja, gleich. Eine Minute. Gute Arbeit! Wo ist der Supermarkt? Oh? War er da nicht hier? Da hinten? Hier fahrt es auch ein, oder nicht? Okay. Okay, doch, okay. Ach, das war hier nur diese Truhe. Ja. Einmal hoch angeln und... Ach. Ach, ich bin er weiter. Okay, dann schauen wir mal. Äh, Wiederbelebungskarte. Teammate wird wieder geholt. Gut. Danke schön. Okay. Ah, so kommen wir nicht hoch. Okay. Kein Problem. kein Problem da wird mir eine Weste angezeigt hä, ich fahre vorhin schon hier so dann brauche ich jetzt mal was um reparieren und da ist schon mal was zum Regen Regen, Regen, Regen ich brauche zwar nichts zum Regen ja, übrigens wo ich am Freitag nicht da bin ist, ich bin bei einem Kumpel und Ostern bin ich bei Familie deswegen fahre ich von einem Kumpel dann später aus, weiter ja deswegen bin ich nicht zu Hause wo sind denn die ganzen Mächschen warte mal, ich habe doch die Fähigkeit also keiner hier oh, ein Helm, Level 3 was ist dahinten ich werde doch gerade hier was einsammeln da ist es lass mich da rein mein Teammate weiß gar nicht, dass ich gerade aufnehme ich werde doch gar nicht Wenn ich damit auf ein Mensch schieße, fliege ich zu Menschen oder fliegt der Mensch zu mir? Okay, let's go! Was war da drin? Was war da drin? Ich muss nach da oben. Da ist wichtiger. Okay, es sind nur noch neun Gegner da. Schön, reparieren. Ich glaube, ich setze mich da oben erstmal auf dem Dach. Da schießen welche? Das sind KIs? So dicht beieinander, es können nur KIs sein. Okay, 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 okay. Ich will die Bombe haben. Keine Atemwerfen. Hurra! Okay, dann haben wir jetzt... Boop, 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 boop. Da ist einer. Okay, noch zwei weitere. Das sind wahrscheinlich Spieler, denke ich mir mal. Wo sind die anderen beiden? Das war's. Nice, nice. Bescheid, eine Runde CS. Okay. Oh, schön. 69 Punkte. Nice. Daumen hoch und dann bis gleich. Wir spielen noch eine Runde Battle Royale. Wir spielen noch eine Runde Battle Royale. Weil wir noch so low sind in Battle Royale. Rank it. Wollen wir das jetzt ein bisschen aufpushen. Und wollen halt ein paar Mal gelitten. Nächster Spieler. Jetzt nochmal Battle Royale. Ich denke mal danach auch nochmal. Und danach nochmal. Und danach muss ich arbeiten. Schon 9 Uhr. Verdammt. Gut. Jose ist der Springer, der Sprungmeister, der Springer, der Sprenger. Am liebsten würde ich einmal sterben und Jose zuschauen, wie er spielt. Aber ich möchte nicht sterben. Ich sagte auch nur, am liebsten würde ich sterben. Aber ich will nicht. Oh. Eine MP. Oh. Jetzt schon. Ging aber schnell. So. Jetzt habe ich. Eine Schrotwinte. Mit der ich eigentlich nicht so gut spiele. Und spielen kann. Schöner Ball hat jemand rum. Um diese Zeit. Nichts zu lassen. So.» Oh Da ist einer hochgerannt Ah Oh Die ist doch schön Wo ist sie? Okidoki Jetzt einmal kurz Regen Dankeschön Ich brauche noch was für die Mütze Ah Da ist ein Pilz Das ist auch schon mal schön Ich habe nichts was ich nicht brauche Ok Übrigens ich habe den Standardskill von Chloe Also sprich Sprich ich habe nichts Besonderes Oh Auf wen oder was schießt er? Da unten liegt auf jeden Fall ein Toter. Ich bin zu langsam. Oh, schön. Da unten ist einer. Hier war noch einer. Und noch einer. Gute Arbeit! Jetzt ist heute List. Ah, zu früh. Weg ist er. Ah, Mensch. Bleib doch stehen. Let's go. Nice. Aber er läuft immer noch. Wo läuft er hin? Achso, wir sind außerhalb der Zone. Schön, schön, schön. Ah, Internet. Internet. Auf jeden Fall macht die Waffe nicht so viel Scham, glaube ich. Oh, nein. Ah, nein. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier auf jeden Fall. Der ist auch schon im Fall. Aber ich bin jetzt hier auf jeden Fall. Oh ja, lecker, lecker. Oh, er hat schon 17 Kills. Nice. Zwei Gegner noch. Wo sind die? Wenn er 17 hat und ich 8, haben wir zusammen 25 Kills. Ob wird die 17 mal zusammengezählt? Ich weiß es nicht. Da ist auch wieder ein Fernglas. Schalldämpfer. Hä? Wie geht das? Ist das doch unter der Wand? KI. Kann durch die Wand schießen. Schon ein paar Mal gab es sowas. Egal. Ja, ich würde sagen, das war es dann für heute. Mit diesem Video. Also nicht für heute, aber mit diesem Video. Ja, Diamant 4. Und da würde ich mal sagen, Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao! 還是 mer Ride Untertitelung des ZDF, 2020